Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Hier zeige ich euch die Neutrallaufsocke aus unserer eigenen RP-Kollektion. Bei der Entwicklung der innovativen und hochwertigen Laufsocken haben wir uns von unseren Laufschuhkategorien inspirieren lassen. Mit den Kategorien Neutral, Stabilität und Gelände haben wir eine Kollektion entwickelt, die unsere Laufschuhe aus der gleichnamigen Kategorie perfekt ergänzen. Die Funktionssocke mit Rechts-Links-Fußbett schmiegt sich optimal der jeweiligen Fußform an. Durch die RP-Neutralsocke mit X-Sox-Technologie wird dein Neutralschuh noch besser. Sie empfiehlt sich besonders für Läufer, die sich eine nicht allzu dicke Socke mit perfekter Passform wünschen. Sie sorgt für geringen Energieverlust, eine optimale Druckverteilung und einen perfekten Kontakt zum Schuh. Je nach Geschmack ist sie in zwei Farbstellungen erhältlich. Der Aktivbund sorgt für einen angenehmen Sitz und Halt und hindert die Funktionssocke daran zu verrutschen. Protektoren an den Zehen und an der Achillessehne schützen vor Druckstellen und Scheuerwunden. Dort, wo der Fuß normalerweise nicht den Boden berührt, unter dem Fußgewölbe, beginnt der Air-Conditioning-Channel und läuft entlang des Fußes bis hin zum Bund. Feuchte und warme Luft wird aus dem Schuh gepumpt und beim Abrollen durch Frischluft ersetzt. Dies ermöglicht eine optimale Klimatisierung des Fußes. Hierbei unterstützend wirkt das Traverse Airflow Channel System, welches über seine drei Kanäle Feuchtigkeit und Wärme in den Wirkungsbereich des Air-Conditioning Systems transportiert. Wenn du also beim Laufen deine Füße effektiv vor Blasenbildung, Hautabschürfung und Druckstellen schützen möchtest und dabei von einem idealen Barfußklima profitieren möchtest, ist die AP-Neutralsocke die beste Wahl. Sie ist erhältlich in allen Runners Point Filialen oder hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com.